hallo leute es geht weiter auf den ritt des habitax jetzt einfach mal durch einfach durchfliegen das war knapp das war echt knapp ich dachte schon ich bin tot verdammte scheiß noch mal wie soll ich da hochkommen was los mit euch leute save and continue man die gleiche scheiße noch mal machen ich weiß schon jetzt das wird ein epischer video mit den ganzen zwei kam er kuscheltier komm her weg und du gibst mir jetzt etwas die gibt mir jetzt ein herz so will ich das sehen so müssen arbeiten was keine ahnung was jetzt gerade gesagt habe bin aber verwirrt geschafft okay ich habe so angst hier scheiße okay das war es wert diese scheiß münze zu holen es war wirklich wert ich das komplett perfekt durchspielen will muss es sein okay 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 es ist auch erledigt hier paprika für die ich für irgendwen supi ok jetzt müssen wir die ganze zeit weiter fliegen okay das war jetzt perfekt okay ich habe alle münzen jetzt fliege ich mal ganz durch ohne stress ohne nichts das war jetzt irgendwie cool ohne zu sterben habe ich alle münzen schon ganz schnell geholt okay den werde ich jetzt ganz reiten nicht an was ihr denkt mit reiten die perversen kinder da draußen ich werde nur reiten wie ihr gerade seht das wird ja eine gemütliche flugrunde mit haben ja 컬러 gesteitem konnte ich tatsächlich kompletten aus ich tecke gleich richtig aus leute das kann ich habe ich war die tag den herzen hole ich mir gleich nicht gleich jetzt okay ich hätte jetzt gerne speed gemacht aber bei diesem spiel geht es ja nicht da sonst greifen uns irgendwelche missgestalten von irgendeiner ecke an und das will ich hier nicht komm her ihr dreifache scheiß combo vögel ja dankeschön für das herz und okay erläutert super seien super seien das war jetzt ein geiler sprung meint rein kommt jetzt ein boss ja oder wartet ja es geht weiter und was wir im boss kommt dann jetzt wenn ich das sie es nicht geahnt hätte ich verstehe diese scheiß mit gut gar nicht man eine sorgen die unlogisch ok jetzt muss ich den richtigen zeitpunkt abwarten ach scheiße du verfickte missgestalt ich töte dich jetzt schickte missgeburt komm her wenn ich die scheiße jetzt noch mal machen muss bringe ich diese scheiß missgeburt teiler richtig um du du scheiß missgeburt ich fickte deine mama du groß du elender spasti jetzt muss sie das ganze noch mal machen das ganze verdammte ding muss jetzt noch mal machen wegen diesen scheiß scheiß guy du scheiß Huren so ich fick deine mama auch wenn sie eine maske hat ich fick deine mama du Huren so Mann Ey Na geht mir nicht auf die Säcke ihr scheiß Spastis Scheiß Spastis Ich hasse diese scheiße Mann Wartet erst mal okay vier minuten noch Ich hasse diese scheiß missgeburt grünen bastard verstehe sowieso kein wort von dieser scheiß schlampe Was sagt sie an diese schlampe Irgendwas verstehe ich da nur diese Scheiß schlampe Scheiß schlampe Scheiß schlampe Geht es auch geklärt und die mit soll ich mir auch noch Ah ok Super 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 concepto Alle Münzen sofort geholt Und wir sind groß Ich töte jetzt die schlampe Bestimmt sagt sie keiner liebt mich Tötet mich Du scheiß schlampe wartet Okay genau zwei minuten Genau zwei minuten Und du scheiß egal wenn du mich noch einmal tötest du Huren so ich bring dich um Ja werf erst eine feuerbälle Okay geschafft Okay dreimal feuerbälle spucken Das ich glaube das ist ein bug Dass diese scheiße funktioniert Okay ich glaube ich hab die gleich getötet Doppel kill Super doppel kill Scheiß postis Was hat er gerade gesagt Einmal was Ich habe irgendwas in dem movie gesagt gehört meine ich mann Kein bonus ist klar Ja fick dich Ich will auch keinen bonus Äh wartet Genau eine minuten Was gibt es denn hier schönes für uns Außer pflanzen Okay merke ich mir Merke ich mir Merke ich mir Merke ich mir Okay Gibt wohl nichts schönes für uns Und Eine wüstenwelt Was ich die liebe ich ja so gerne Scheiß wüstenwelt Und Und dieser scheiß Treibsand Mann Was ist das denn für ein Gefängnis Ach du heilige Scheiße was ist das für ein Gefängnis Er sagt jetzt nicht ich Hä Scheiße Ey Wieso komme ich nicht an die Bomben ran Raus mit mir Man Leute Wir sehen uns im nächsten Part Tschüss